Ich habe ein Problem und vielleicht kannst du mir dabei helfen. Ich will aktiver YouTube-Videos machen über bestimmte Themen. Nur leider bekomme ich das mit dem Schnitt nicht so hin, dass es mir wirklich gefällt. Und wenn du im Videoschnitt oder vielleicht auch in Recherche oder Scriptschreiben talentiert bist, dann kannst du dich für mein Yami-Helfer-Programm halt bewerben, in dem du mir dann ein bisschen Arbeit abnehmen kannst und wir dann zusammen diese Videos machen. Der Vorteil ist, du darfst es in deinem Portfolio benutzen. Ich nenne dich in den Credits und wenn wir Geld ausgemacht haben, dann kriegst du auch für diese Arbeit dann Geld. Die Videothemen sollten so in Richtung Internetgeschichte gehen und ich erwarte schon ein bisschen professionelleren Schnitt. Um dich zu bewerben, musst du einfach auf mein Discord joinen, die Regeln bestätigen, in den Info-Channel gehen und dann siehst du hier schon Yami-Helfer. Da kannst du dich bewerben, das sind auch alle Informationen zusammengefasst wahrscheinlich. Aber falls du noch Fragen hast, ich beantworte sie auch gerne in den Kommentaren. Und ich hoffe, es werden sich hier Leute bewerben, damit ich das umsetzen kann, was ich leider zur Zeit nicht wirklich schaffe. Und ja, ich hoffe, ich sehe dich irgendwie in einer Bewerbung. Und ja, bye.